Der Präsident ist SC Preußen 06 e.V. Münster bei mir nach einem Spiel mit Höhen und Tiefen. Aber zum Schluss kann man dann fröhlich sein. Ein verrücktes Spiel. Ich habe schon gerade dem Spieler gesagt, wenn er heute Nacht wahrscheinlich von mir geweckt gewesen wäre und ich gesagt hätte, das geht 5-2 aus, hätte er gesagt, das stimmt niemals. Mit so etwas kann man nicht rechnen. Wie fühlt sich das an? Ja, großartig. Das war wirklich ein denkwürdiger Abend für uns, für den Verein. Hansa Rostock ist ein riesen Traditionsverein, vor einiger Zeit noch in der Bundesliga. Jetzt bei uns im Stadion geht es 2-0 in Führung und dann gewinnen wir mit diesem Fußball 5-2. Das ist, wie gesagt, lange her, dass wir hier so viel Freude haben durften. So richtig gezählt hat man nach dem 2-0 nicht wirklich, sage ich mal. Man hatte das Gefühl, die Jungs behalten die Linie und sind angespornt, nach dem Darmstadt-Spieler was zu zeigen. Und das haben sie auch wirklich gemacht. War ein schöner Fußball, oder? Ja, großartig. Wichtig war, denke ich, dass es uns gelungen ist, direkt den Anschlusstreffer zu erzielen. Und die hat mannschaft gesehen, da geht was. Die ist wirklich von der ersten Minute so aufgetreten, dass ich es allen zeigen wollte. Und haben es einfach großartig auch geschafft. Können Sie sich daran erinnern, irgendwann mal 7 Tore der ersten Mannschaft hier im Stadion gesehen zu haben? Nein, sieben Tore, es waren fünfe von unseren, aber ich würde mal sagen, dass wir, ich glaube, alle, die wir hier sind, uns daran nicht zurückerinnern können, dass wir nach einem 0-2 in 5-2 hier gesehen haben und dann, wie gesagt, mit so einem großartigen Fußball. Also ein toller Abend. Den wünsche ich Ihnen jetzt auch noch, den können Sie bestimmt genießen. Vielen Dank Ihnen. Ich danke auch. Tschüss. Tschüss.